Nama regierte um 3000 v. Chr. und war nach Meinung einiger Ägyptologen letzter altägyptischer König der Null-Dynastie. Nach anderer Lehrmeinung war er bereits erster Herrscher der Erste Dynastie. Er ist einer der ägyptischen Könige, der in frühen zeitgenössischen Quellen öfter belegt und vielleicht mit Menes gleichzusetzen ist. Obwohl von Nama besonders bedeutende Funde bekannt sind, darunter seine Prunkpalette und sein Keulenkopf, weiß man über die Herkunft und Identität dieses bedeutsamen Herrschers noch immer wenig, weshalb viele kontroverse Thesen um ihn aufgestellt wurden. Es steht aber außer Frage, dass Nama nachhaltig die Kultur und das Wohl des Landes vorantrieb und den Weg für ein glanzvolles Reich ebnete. Name Vom Horus-Namen des Nama sind mehrere Varianten überliefert. Während vor allem auf Gefäßen zuweilen nur der NAR-Wels im Seereich erscheint, ist der Name auf Tonsiegeln voll ausgeschrieben oder gar durch das Epitheton, Tiai, verlängert. Obwohl Namas Name schon so lange bekannt ist, konnte er bis heute nicht zufriedenstellend übersetzt werden. Besonders die Phonetik des NAR-Welses des Wappentiers des Herrschers bereitet Linguisten wie Ägyptologen gleichermaßen Schwierigkeiten. Was der Wels symbolisch bedeutet, ist völlig unbekannt. Die gängige Lesung als wütender Wels oder furchterregender Wels ist gemeinhin akzeptiert, obwohl es Vorschläge von abweichenden Lesungen gab. Hartwig Altenmüller erklärt in diesem Zusammenhang das bisher zumeist angewendete Rebus-Prinzip, woraus sich durch das Aneinanderfügen der Begriffe NAR und mehr die gängige Lesung ergab. Altenmüller nennt eine alternative Lesung von SAB statt NAR und verweist auf zwischenzeitliche Zweifel anderer Ägyptologen hinsichtlich der bisherigen Übersetzung Identität Verheiratet war NAR-Welses vielleicht mit der Prinzessin Na-A-A-Utb. Allerdings ist die familiäre Zuordnung dieser Adligen strittig, denn sie könnte auch die Gemahlin von König A-H gewesen sein. Ähnlich verhält es sich mit einer Dame namens Ben-A-R-Eb. Sie wird wohl eher NAR-Welses Tochter und A-Hs Gemahlin gewesen sein. In diesem Falle steht die Identifizierung von NAR-Welses Gemahlin noch aus. Als ein Sohn von NAR-Welses wird dessen Thronfolger, Ho-A-H, angesehen. Es ist umstritten, wer NAR-Mas Vorgänger war. Ein Teil der Ägyptologie bevorzugt König K., während der andere Teil König Skorpion II. Als Vorgänger ansieht, Herrschaft, Innenpolitik, frühere Interpretationen der gefundenen Artefakte, insbesondere des Keulen-Knaufs und der Prunkpalette, vermittelten ein raus- und von militärischen Kriegszügen geprägtes Bild von einer möglichen weiteren Reichseinigung unter NAR-M-A. Ausschlaggebend für die früheren Deutungen war die Darstellung des Königs, wie er einen Gegner mit seiner Prunkheule erschlägt, sowie die sich wiederholenden Bilder von zerstörten Bastionen und niedergemetzelten Feinden. Doch eben weil sich diese Darstellungen in ihrem Stil und ihrer inhaltlichen Aussage wiederholen und sich nachweislich weit bis vor die Zeit NAR-Mas zurückverfolgen lassen, stellen sich Toby Wilkinson und Catherine Barr die Frage, ob hier wirklich ein historisches Ereignis oder nicht er ein symbolischer Wunsch des Herrschers nach Legitimierung seiner Machtansprüche als alleiniger Herrscher festgehalten ist. Bestärkt wird die Frage durch die Tatsache, dass besonders das Motiv des Schlaggehens des Feindes in späteren Dynastien auch für ganz andere Volksgruppen und Anlässe herhalten muss. Neuere Untersuchungen zeigen zudem, dass die Reichseinigungen nicht durch militärische Eroberungen vollzogen wurden, obgleich im Einzelfall kriegerische Auseinandersetzungen vorgekommen sind. Der beispielsweise früh öfter hergestellte Zusammenhang zwischen der Gesamtanzahl von Gefangenen unter NAR-Mas in Verbindung einer militärischen Auseinandersetzung kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Eine Heeresgröße von mehr als 100.000 Personen lässt sich im Alten Reich nicht belegen. Weshalb wahrscheinlich NAR-Mas alle Bewohner einer Region zählte und diese dann durch das Determinativ als Rebellen bezeichnete, zudem lag keine Aufteilung zwischen Männern und Frauen vor. Auf dem Keulenkopf des NAR-Mas wird somit die insgesamt friedliche Übernahme oder Vereinigung mit einer größeren Region beschrieben, die gleichzeitig den Charakter einer Volkszählung aufweist. Wolfgang Hell verweist beispielsweise anhand archäologischer Funde im Zusammenhang mit dem Horusgeleit auf die Möglichkeit, dass belegte Austauschlieferungen für das Bestehen eines zentral regierten Ägyptens bereits vor NAR-Mas sprechen. Gefäßaufschriften und Tonrätzungen aus Girgar Tachan und Abydos belegen einen regen Austausch mit verschiedenen Waren und Gütern zwischen Ober- und Unterägypten. Sie gehören zu den frühesten Belegen für schriftliche Dokumente über Warenaustausch. Dieser Umstand lässt die Vermutung zu, dass es bereits vor NAR-Mas eine praktizierte und friedliche Länderpolitik zwischen Nord und Süd gegeben hat. Zumal ein Warenaustausch nur über eine zentrale Verwaltung funktioniert. Ob es sich im Rahmen des Austausches um Handelsbeziehungen handelte oder rituelle Grundlagen als Anlass dienten, kann aufgrund fehlender Textquellen nicht entschieden werden. Die meisten dieser Gefäßaufschriften sind aus schwarzer Tinte gefertigt und wurden nachträglich eingebrannt. Außenpolitik unter NAR-Mas Herrschaft gab es Kontakte zu Ländern außerhalb des ägyptischen Kernreichs, die durch den Herrschernamen auf verschiedenen Artefakten nachgewiesen sind. Im Südwesten des heutigen Israels fand man Gefäße mit NAR-Mas Namen. Dies mag sogar Feldzüge in diese Gegend andeuten. Auf dem Sinai fand sich sein Name in einen Fels geritzt. Aus Abydos stammt außerdem eine Elfenbeinplakette mit der Darstellung eines Asiaten in kniender bzw. stolpernder Haltung. Die Plakette ist ein besonders früher Beleg für einen Kontakt zwischen Ägyptern und Asiaten. Passend dazu fanden sich bei Hierakenpullis und Kuhstuhl Gefäße, deren Dekor und Beschriftung auf Regenhandel zwischen Nobin und Ägypten hinweisen. Andere Objekte legen dagegen Auseinandersetzungen mit Libye nahe, so zum Beispiel ein Elfenbeinzylinder aus Namas Grab. Darauf zu sehen ist der NAR-Wels, der in seinen Armen einen langen Schlagstock hält. Der Schlagstock erstreckt sich über drei Register, in denen gefesselte Männer mit langen, kegelförmigen Bärten hocken. Die Bärte weisen die Männer als Libyer aus. Altägyptische Mythologie Unter NAR-Wels sind die Götter Horus, Zed, Mafdet, Reput, Bad, NAR, Mehit, Petyaha, Abis und MIN recht gut belegt. Besonders die Göttinnen Bad und NAR wurden verehrt. Von MIN fanden sich bei Koptos Großstatuen aus Sandstein, die aufgrund ihrer eindeutigen Körperhaltung zugeordnet werden können und vermutlich aus NAR-Wels Epoche stammen, Gleichsetzung mit Menes. In der Ägyptologie werden noch immer kontroverse Diskussionen darüber geführt, ob NAR-Welder und der Name des Königs Menes gleichgesetzt werden können. Ein Vergleich der Denkmäler zeigt, dass die Reichseinigung von Ober- und Unterägypten bereits von Namas Vorgängern mehrfach gefeiert wurde, da nur das Schlagen unter Ägyptens eine Herrschaft über beide Landesteile ermöglichte. Diese Gesamtherrschaft war jedoch nur an den König geknüpft, der unter Ägypten schlug. Für eine Gleichsetzung des NAR-Welder mit Menes spricht der Umstand, dass NAR-Welder auf der Prunkpalette mit der weißen Krone des Südens und der roten Krone des Nordens abgebildet ist. Gegen dieses Argument spricht die Tatsache, dass NAR-Welder lediglich eine Militäroffensive gegen Unterägypten erfolgreich abgeschlossen hatte. Natürlich ließ er sich als Sieger mit den Königsinsignien seines geschlagenen Gegners darstellen. Das bedeutet aber nicht, dass er bereits gemeinhin akzeptierter Alleinherrscher Ägyptens gewesen sein muss. Auf einem Elfenbein-Täfelchen aus dem Grab des Acha bei Abydos ist eine der ältesten schriftlichen Darstellungen der Hieroglyphe im Indirekt gegenüber dem königlichen Seereich des Acha eingraviert. Es befindet sich innerhalb eines zeltförmigen, dreifach ausgeführten Zielrahmens zusammen mit einer alten Form des Nebthei-Namens. Das zeltähnliche Gebilde ist ein Pavillon, der für Gedenkfeiern bei dem Tod eines Herrschers errichtet wurde. Wenn das im Endsymbol tatsächlich den Namen Meni darstellen sollte, kann er nur Nama meinen, denn Acha lebte laut Etiketten auf Schrift noch, als der Pavillon aufgesucht wurde. Dagegen spricht, dass der Name von König Acha eigentlich ebenfalls als Nebthei-Namme hätte erscheinen müssen. Denn das Elfenbein-Täfelchen gelangte erst nach Achas Tod ins Grab. Außerdem ist nicht gesichert, dass das Wort Men für einen Personennamen steht, er kann genauso gut der Name des Gebäudes sein. Auf einem Keulenkopf aus Hierakenpolis ist Nama bei der Begehung einer Zeremonie dargestellt, die von Percy E. Newberry als Hochzeitszeremonie gedeutet wird. Nama vermählt sich ihm zufolge mit der unterägyptischen Erbprinzessin Naotep. Diese Hochzeit hätte Nama dann als Herrscher von Ober- und Unterägypten bestätigt. Gegen diese Deutung spricht, dass die einzige definitiv weibliche Person auf dem Prunkknauf nicht namentlich benannt ist. Es muss sich also nicht zwangsläufig um Prinzessin Naotep handeln, zumal Nama mehrere Ehefrauen hatte. Tobi Wilkinson und Nikolaus Grimahl identifizieren die in Gewänder gehüllte und in einer überdachten Sänfte-Hockende-Frauengestalt auch nicht als Prinzessin, sondern als Repit, die als eigenständige Gottheit jedoch erstmals im Mittleren Reich belegt ist. Wilkinson verweist in seinen Beschreibungen der Repit auf eine nur bruchstückhaft erhaltene Lesung PT und stellt aufgrund der Namensbestandteile eine Verbindung zum Reput-Schrein her. Auf dem Kairo-Stein wird Jer, dritter König Ägyptens als Iteti, bezeichnet. Im Rückschluss muss Teti als zweiter Name in den Königslisten König Aha meinen, weshalb der Name Meni nur für Name übrig bleibt. Dagegen spricht, dass Einträge zum Ende von Ahas Herrschaft und Jeres Regierungsbeginn Hinweise auf eine kurzfristige Regierung eines weiteren Königs liefern. Dieser Umstand schließt eine Gleichsetzung von Teti mit Hoa Aha aus und beweist möglicherweise einen weiteren eigenständigen König. Aus dem Grab der Königin Merit-Nitin-Ebydos stammen mehrere Tonziegel, auf denen vier frühzeitliche Herrscher bei ihren Horus-Namen aufgelistet sind, Nama, Aha, Jer und Vajie. Die Auflistung endet mit Titel und Namen der Königsmutter Merit-Nit. Dass die Königsliste mit Nama beginnt, könnte darauf hinweisen, dass dieser als erster legitimer Herrscher der 1. Dynastie angesehen wurde. Weitere Siegelabdrücke aus Ebydos nennen Nama und die sieben folgenden, auch zeitgenössisch belegten, Herrscher der 1. Dynastie bis Goa. Diesmal fehlt Merit-Nit. Auch auf diesem Siegel ist Nama der erste Herrscher. Darstellungen 1897-98 stieß der Ägyptologe James Edward Kwebel in Hierakenpolis auf, bedeutende Stücke aus der ägyptischen Frühgeschichte. Dort, in einem der ältesten Tempel des Landes, fand er eine Reihe von Votivgaben, darunter prächtige Paletten, unter anderem die des Königs Nama. Und Keulenköpfe, aber auch zahlreiche Elfenbeinzylinder, Tonziegel und Gefäße tragen Namas Namen. Die Prunkpalette des Nama Die bekannteste Darstellung ist die Prunk- bzw. Schmink- oder Nama-Palette, die als Weigabe dem oberägyptischen Horu-Stempel in Hierakenpolis gestiftet wurde. Sie besteht aus poliertem Schiefer und ist etwa groß. Die Palette ist beidseitig verziert und fast gänzlich unbeschädigt. Auf beiden Seiten ist König Nama abgebildet, einmal mit der roten Krone von Unterägypten, ein weiteres Mal mit der weißen Krone von Oberägypten. Nama trägt stets ein prachtvolles Gewand aus Leinen in Kombination mit einem Schurz aus Pantherfell und einem am Gurt befestigten Krokodilschwanz. Nach Thomas Schneider besitzt die Goldrosette zu Namas Zeit den Lautwert Neb, der neben Nesu als Titel für damalige Könige diente. Im weiteren Verlauf der altegyptischen Geschichte wurde die Goldrosette für die Göttin Seat verwendet, weshalb Schneider es auch für möglich hält, dass ursprünglich ihre Eigenschaften des Pantherfells bzw. der Pantherkatze dargestellt werden. Sollte diese Vermutung zutreffen, ergibt sich eine Lesung als Nebit. Gestützt wird diese Annahme durch den im Pyramidentext 426 genannten Gott Nebikau. Alternativ zieht Schneider auch die Lesung als Fluchtstab in Erwägung, wodurch ein heiliges Gründungsritual ausgedrückt sein könnte. Ottmar Kehl sieht die Handlung Namas ebenfalls als heiliges Ritual, das Nama barfüßig auf geweihtem Boden vollzieht. Während der Sandalenträger mit einem wassergefüllten Gefäß wahrscheinlich für die spätere Reinigung bereitsteht. Ergänzend ist die Siegesfeier Namas zu sehen. In Begleitung des Horusgeleits dargestellt als voranschreitende Prozession, die aus Standartenträgern besteht, besichtigt er die getöteten Feinde. Auch diesmal wird er von einem Sandalenträger begleitet. Vor ihm findet sich die älteste Abbildung eines T-Jet. Interessant ist die Darstellung zweier Schlangenhalsbänder im darunter folgenden Fenster. Die Nama im Rahmen des Vereinigungsfestes als Herrscher über beide Landesteile Ägyptens repräsentieren. Im untersten Fenster erkennt man einen Mann und eine beschädigte Bastion, welche beide von einem Stier überrannt werden. Der Stier steht dabei stellvertretend für den König. Eine ähnliche Szene findet sich auf einem Fragment der sogenannten Stierpalette. Der Keulenkopf dieses Fundstück stammt ebenfalls aus Hierakenpolis und zeigt Nama bei der Begehung des SED-Festes. Er sitzt in einem Pavillon und trägt ein hauthänges Gewand sowie die rote Krone von unter Ägypten. Zu diesem Zeitpunkt scheint Nama bereits beide Teile Ägyptens eingenommen zu haben. Vor ihm ist der göttliche Reput-Schrein aufgebaut. Manche Ägyptologen sehen im Reput-Kultbild die Darstellung einer Göttin oder der Prinzessin Naab, was sie veranlasste, diese Szene als Hochzeitszeremonie zu interpretieren. Werner Kaiser und Günther Dreyer verwiesen in diesem Zusammenhang jedoch auf den Umstand, dass es sich nicht um eine Göttin, sondern um ein Ritualbildnis handele. Über dem Königspavillon schwebt die Geiergöttin Nechbeth, dem Herrscher werden mehrere Gefangene sowie erbeutetes wie vorgeführt. Des Weiteren ist auf dem Keulenkopf der Tempel von Buto zu sehen, erkennbar an der Abbildung eines Kranichs auf einem Alter, dessen Podest ganz vorne mit einem Standkrug geschmückt ist. Außerdem ist eine Domäne erkennbar, deren Name mit einer Kuh und ihrem Kalb geschrieben wird. Die Pavianfigur Im Ägyptischen Museum Berlin befindet sich eine Figur aus Galzid Alabaster in Gestalt eines Pavians, die vermutlich Werwadet darstellt. An der Sockelfront ist der Seereichname des Nama eingraviert und daneben erscheint mehrfach die Gestalt eines Widders. Hier sind die Ägyptologen unsicher, ob es sich um einen Beinamen des Nama oder um eine besonders frühe Darstellung des Gottes Schnum handelt. Das Feldbild von N.A.G. Elham Diulep Bei N.A.G. Elham Diulep, nördlich von Assuan, befindet sich ein Ende des 19. Jahrhunderts entdecktes und 2008 wieder aufgefundenes Feldbild, das eine Darstellung eines Königs der späten prädynastischen oder der frühdynastischen Zeit zeigt. Da das Bild keinerlei hieroglyphische Texte aufweist, ist unklar, welcher König hier tatsächlich abgebildet wurde. Allerdings weist die Szene sowohl kompositorisch als auch stilistisch sehr starke Parallelen zum Keulenkopf von Skorpion II, sowie zum Keulenkopf und zur Palette des Nama auf, wodurch es plausibel erscheint, dass einer dieser beiden Herrscher abgebildet ist. Das Feldbild zeigt eine nach Linksblickende männliche Person, die einen Stab hält und durch eine hohe weiße Krone und einen spitzen Bart als König identifiziert wird. Hinter dem Herrscher steht ein Wedelträger und vor ihm ein Hund und zwei Standardenträger. Diese königliche Darstellung wird von fünf Booten umrahmt. Grab Flinders Petri lokalisierte das Grab des Nama in der Struktur B10, die er in der Nekropole UMLQAB bei Abydos ausgerupt. Heute wird B10 als Teil des Grabes von Hoaha angesehen, wohingegen das eigentliche Grab des Nama in den beiden Gruben B1718 vermutet wird. Das Grab besteht aus zwei aus Lehmziegeln gemauerten Kammern mit einer Fläche von jeweils 10 x 3 m². Diese Grabräume wurden nicht getrennt errichtet, sondern liegen direkt aneinander und sind nur durch eine Mauer abgegrenzt. Im Grab fanden sich einige Siegelapollungen des Nama. Elfenbein-Objekte mit seinem Namen und die ältesten Jahrestäfelchen eines ägyptischen Herrschers. Weitere Objekte des Nama aus UMLQAB sind Fragmente von Alabastervasen.